Norddeutscher Rundfunk 2021 Renninger, da ist noch einmal ein Manu. Arschloch! Arschloch. Doppelarschloch. Ich bin's! Brust aus Afrika habe ich wieder gehört. Afrika. In Deutschland gibt es drei große Barmärkte. Das ist der Obi, der Hagebau und der Praktiker. Franz, der Dispo von den Konten, der ist trotzdem überzogen. Ja, weil die Arschlöcher nicht zahlen! Danke, Herr Kenia. Hinsichtlich des hohen Gesamtvolumens der Transaktion verpflichtet sich Herr Franz Brenninger als Sicherheitsdeposit die Summe von Euro 50.000. Ich habe mit dem Geld gefickt. Und das habe ich für uns gemacht. Verstehst du? Papa, du bist krank. Was geht denn dich das an, Versager? Ich bin einfach nur gut drauf, du Arschloch! Scheiße! Auf! Zeit, bist du! Was ist denn los, Mucki? Es reicht. Franz, hörst du mich? Was ist denn in dir drin? Lila, ich fahre nach Afrika. Ich habe mir gedacht, du fährst mit und holst mir beim Übersetzen. Fahr zu! Komm an! Jetzt fahr! Go! Dr. Michael, der muss hier leben. Yes, hallo! I need my money! Sie wollen, dass ich auf ihn aufpasse. Sie wollen, dass ich auf ihn aufpasse. Was ist doch gar nicht so? Dann, wenn ich mich zur Tat. Wo ist der Tat, was ich jetzt eine Marke? Da geht es weiter. Ich kann das auch nicht auf die слäge. Ich kann das an. Ich kann das an.